Ich mache jetzt Dailies und dann und dann und dann gehe ich auf meinen Gnom freut mich freut mich auch ich hab's doch fast nur Gnome aber ich gehe auf meinen Gnom freut mich da irgendwie nervös ich weiß freut mich naja aber man muss sich ja jetzt nicht darüber aufregen also es gibt ja auch noch andere Sachen wie boah das ist ja geil oder boah ey oder hier oh my god freut mich oh my god freut mich ja freut mich ist auf jeden Fall ähm gutes Wort das ist einfach für alles für da für hier für boah freut mich auf jeden Fall ja freut mich sag ich mal tschau okay tschau